Wir haben jetzt eine Umbauplanung und das ist ein Signal von Möglichkeit. Also der Bad steht ganz normal und das ist totaler Quatsch, was wir hier bringen. Die können sich hier noch gar nicht ganz damit in der Schalke. Also rumarten wie lustig. Dann geht das alles schwieriger und dann... Nein! Ja, 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 ja! Ich hab den Warnchen! Verlassen Sie jetzt bitte sofort die Warnchen! Können 216 Stopp, Stopp, Stopp! Können 216 Stopp, Stopp, Stopp! Oh Gott, dass die immer so laut werden müssen, echt ruhig machen. Mit euch! Mit eurem Betriebsprojekt! Kölner belassen das nicht zu! Können 216 Stopp, Stopp, Stopp! Wäre ja auch gar kein Problem hier... Hallo! Entschuldigung, ich möchte nicht fotografiert werden, ja? Falls Sie Pot von mir haben oder Obnahmen, dann bitte ich Sie sofort zu löschen. Soll ich die Polizei. Ja? Machen Sie bitte? Ja! Ja, dann will ich das auch sehen, dass Sie das löschen. Wie? Kann das denn nicht jetzt löschen? Ja, das... Sie haben mich die ganze Zeit auf... Wir bleiben jetzt mal hier, bis die Polizei kommt. Achtung, Sicherheitshinweis. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht drüber aussitzen. Vielen Dank! Okay, was mach ich jetzt mit der Kamera? Eine Aktion mit der, ähm... Erstmal müssen wir raus, weil wenn die Polizei mitkriegt, dass ich die Kamera hab... Ja. Ich lass Sie am besten einfach hier drinnen, oder? Ja, klar. Für den Fall, dass Sie mich anquatschen und die Tasche durchsuchen wollen, oder so? Das hat sich jetzt eh erledigt. Das glaub ich auch, aber trotzdem. Oh Gott. Na, das war aber knapp gerade. Das war dann nicht gut.